Wir haben einen positiven Wahlkampf gemacht. Es ging uns um die Sache. Und die Sache heißt Wende. Wende für den Aufschwung. Die mündigen Bürger haben gesprochen. Ihr solltet nicht fragen, was euer Land für euch tun kann. Es wächst zusammen, was zusammen gehört. Und wer große Hitze nicht ausstehen kann, der soll einfach aus der Küche gehen. Der Aufschwung ist da. Und zum Abschluss gebe ich euch noch mein Ehrenwort.